Musik Mein Lieblingsort an der Universität Basel ist mein neues, mein zukünftiges Büro im neuen Biozentrum. Im 14. Stock mit einer fantastischen Aussicht über die ganze Stadt und den Rhein. Den Gempen sieht man von hier, Schwarzwald und die Bogesen. Man ist völlig mitten in der Stadt, mitten in der Gesellschaft, nicht draussen auf dem Feld mit einem Shuttleboss, sondern mittendrin. Und es gilt auch umgekehrt, nicht nur sehen wir die Stadt, sondern die Stadt sieht uns als ein Wahrzeichen der Universität, ein Wahrzeichen der naturwissenschaftlichen Fakultät. Zusammen mit dem Messeturm, dem Roche-Turm, dem Bankenturm hat jetzt die Universität ein Markenzeichen, ein Wahrzeichen in dieser Stadt. Musik 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 Musik